Guten Morgen, ich bin die verrückte Ente und wir sind zurück zu einem neuten Let's Play mit Zoos bei Animal Park. Es ist immer noch diese Pommesbude, die sind immer echt lange, die Pommesbuden. Wir kriegen hier dieses Tier, was wir schon haben und danach kommt endlich die Tierpflegerin wieder. Tierpflegerin, da warte ich bereits drauf, weil die ist ganz gut. Gut, 30% auf Shop, ja Shop Upgrades und so. Kann man ja mal gucken, ich habe ja noch 21 Diamanten und ich glaube die Pommesbude war neu. Wir können ja einfach mal gucken, was ein Shop Upgrade kostet, aber meistens bringen diese Shop Upgrades weniger, als wenn man sich einen neuen Shop holt, was meiner Meinung nach gar keinen Sinn ergibt. Es lohnt sich also quasi nicht die Shops Upgraden, sondern eher sich noch einen zu holen. Nur, dass man halt ein bisschen Platz spart. Aber ich finde man müsste, es müsste sich schon lohnen. 42 Diamanten. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Das ist ja ordentlich. Und hier? 42. Nee, dann lass mal. Dann lass mal. Dann kaufe ich mir lieber noch eine Pommesbude. Weil, wie groß ist denn, ach das steht da auch gar nicht. Man darf gar nicht erfahren, wie viel man mehr kriegen würde. Das finde ich auch ein bisschen doof. Also ich sehe jetzt nicht, wie viel Geld ich mehr mit der nächsten Stufe kriegen würde. Aber wir können das gucken. Hier kriegen wir 960. Und hier habe ich schon, also 1440. Also, etwa 500 mehr. Etwa. Ja, da hole ich mir lieber wirklich noch eine Pommesbude, die ja momentan 49 Diamanten kostet. Und habe direkt das Doppelte. Ja, das macht halt keinen Sinn dann. Macht keinen Sinn. Gut. Wir haben... Ich habe noch keine Karten dann begeben. Das muss ich jetzt machen. Für den Wettbewerb. Moment. Einmal schnell hier wieder Ordnung machen. Zacki, zacki. Und eigentlich will ich irgendwo ein Tier reinmachen. Irgendeins. Irgendeins. Damit wir auch langsam mal da hinkommen, dass ich auch alle Tiere irgendwo reingetan habe. Wegtun kann ich sie ja immer noch. Wenn dann kein Platz mehr da ist. Ich werde aber auf keinen Fall, denke ich... Ah, sag das mal schnell. Zuchtjägereien machen, weil ich werde keine so Special-Tiere mehr züchten. Sondern nur noch Tiere, die uns was bringen. Damit ich in den Wettbewerben auch wirklich mithalten kann. Äh, mit Karten und dies und das. Weil ansonsten... Ja, ansonsten bringt es nichts. So, da habe ich nichts. Da habe ich nichts. Und... Hier, die züchte ich auch. Eigentlich auch Quatsch, ne? Ich weiß nicht warum. Ich muss damit auch aufhören. Ich tue die immer wieder rein. Vielleicht nehme ich denen den Stall weg. Ich glaube, ich nehme denen den Stall weg, dass die mir gar nicht mehr angezeigt werden. Ähm, das ist halt diese... Diese... Mann! Ich kann die nicht anklicken. Da. Dieser V-Gefleckt. Ist halt auch ein V. Nur halt gefleckt. Ähm, bringt ja eigentlich gar nichts, den weiter zu züchten. Ich habe den auf Level. Och, Mensch. Ey, ja. Hallo. Ich werde verrückt. Ich werde verrückt. Es ist so ungenau, dieses Spiel. Ey. So. Auf Level 13. Und die habe ich halt auf Level 20 schon. Ich habe 19er drin. Ihr wisst ja, ich tue immer die 20er. Also ich lasse nur bis 19. 20 habe ich trotzdem. Ähm, ja. Bringt halt nichts, ne? Brauche ich. Deswegen. Kommt der Stall raus? Eigentlich auch komisch, oder? Hm. Ja. Aber nee. Bringt ja nichts. Bringt nichts. Und dann ist es besser. Mir wird es gar nicht erst vorgeschlagen. So, bei denen bin ich auch am überlegen. Die... Ach, da habe ich gar keinen Stall. Hä? Warum habe ich hier gar keinen Stall mehr? Die habe ich da auch mal eine Zeit lang gezüchtet. Ja, hier. Level 5. Da ist die Frage. Macht es Sinn? Das sind Gürteltiere, ne? Ja, Gürteltier. Wieso haben die keinen Stall? Ich meine, die hatten immer einen Stall. Aber gut. Haben sie keinen. Ähm. Also die züchtet scheinbar auch nicht mehr. So, gucken wir mal eben rein. Wir haben uns für den Koala-Bären entschieden. Ähm. Und da gebe ich jetzt meine Karten ab. Äh. Eins. Eins. Äh. Eins. Zwei. Zwei. Drei. Drei. Vier. Drei. Fünf. Vier. Vier. Und die sind halt jeweils immer 10.000 wert. Also hier, das sind 50.000. Äh. Wir gucken gleich, wenn es aktualisiert ist, wo ich liege mit den Karten. Ich will erst mal gucken. Hab ich die vielleicht, guck mal, Level 11 oder was? Ja, manchmal kommt mir das komisch vor. Kann sein, dass das Drillinge waren. Jetzt bei dem Event. Und dass ich deswegen zwei Elfer habe. Ja, weil die sind auch elf. Ja. Dann war das wahrscheinlich bei dem Drillingsevent. Und da habe ich dann drei Elfer bekommen. Braucht er aber eigentlich halt wahrscheinlich nur, ähm, einen. Deswegen können die zwei auch noch weg. Sind auch nochmal 220.000. Ja, das ist gut. Also züchten ist gut. So, dann gucken wir gleich rein. Gucken noch, was für Tiere ich bekommen habe. Gar keine. Was? Also wollte ich schon sagen. Okay, ein Wolf. Wolf, Level 14. Kann man auch auf jeden Fall gebrauchen. Da waren auch wieder zwei Tiere. Ich habe extra schnell weggeklickt. Ähm, die eigentlich keinen Sinn ergeben zu züchten. Aber, ich finde die ganz cool. Ja, am Ende des Tages bringt es nichts, wenn du die auf Level 20 hast. Weil, ja. Oh nein, jetzt habe ich es repariert. Ich wollte es nicht reparieren. Ich weiß nicht, worum ich es gemacht habe. Ähm, so. Und 14 war das, ne? Das heißt, der Zwölfer kann weg. Und der gute 14er kann rein. Und dann kann man ja gucken. Habe ich hier, ähm, beim Stein. Steingehege habe ich eins frei. Ähm, hier ist auch noch ein Tier. Ganz alleine. Was bist du denn? Hey. Es ist traurig. Äh, traurig ist es. Äh, keine Ahnung. Was für ein Tier das ist. Wartet mal. Oh, Manul. Wie eine Katze. Ich liebe ja Katzen. Ah, gut. Aber es ist da ganz alleine und eigentlich ein bisschen traurig. Ne, es ist nicht alleine. Entschuldigung. Zwei. Gar nicht alleine. Dreh dich nicht. Aber es war trotzdem traurig. So. Ähm, dann gucken wir mal, was ich für Steingehege noch so habe. Ich muss noch irgendwas noch im Petto haben. Lasst mich mal gucken. Also. Stein. Kann ich das sortieren danach? Ja. So. Oh, guck mal da. Hier. Zack. Direkt da oben. Oder hier. Diesen Affen. Pavian. Gut. Ich mag keine Paviane, aber den könnte man ja trotzdem rein. Alter, wie viele Bären habe ich? Und wie viele Luchse? Ähm, da. Stacheltier und das Tier. Ich glaube, ich nehme das Stacheltier. Ich nehme das Stacheltier. So. Hallo, Stacheltier. Boah, der schreit. Hallo. Ja, der ist ganz, der ist ganz niedlich. Auch wenn er jetzt, ja, habe ich ihn getroffen? Weiß ich nicht. Gucken wir mal, was der kriegt. Der kriegt, wenn ich die Sachen habe, habe ich. Habe ich das? Nein, habe ich nicht. Habe ich das? Äh, scheinbar habe ich das. Okay. Cool. Er kriegt einfach so ein riesen Ding. Und die Wasserstelle will ich dem eigentlich auch geben. Ähm, lasst mich mal gucken. Äh, eine Wasserstelle für Stein. Da ist sie. Vollenden. Ja, wir machen direkt zwei. Ist auch egal. Und. Äh. Moment, wie mache ich das wieder weg? So. Und stell die. Passt das? Passt auch. Kriegen direkt beide. Ja, perfekt. Beide haben eine Wasserstelle jetzt. Ja. Seid ihr jetzt glücklicher? Manuls. Ja? Kann, ey. Wahnsinn. So, die füttern wir auch. Und das Stacheltierchen ist, denke ich, auch zufrieden. So, komm. Guck mal hier hin. Guck mal. Guck mal hier hin. Ich will ein Foto von dir machen. Guck mal. Komm mal hier hin. Guck mal. Guck mal. Komm hier. Ja. Oh, ey. Das darf ja nicht wahr sein. Na gut, egal. Ähm, jetzt gucken wir mal. Oh. Vielleicht kriege ich hier heute das erste Mal dieses angebliche neue Tier. Bin mal gespannt. Soll ja ein neues Tier drin sein. Noch nie bekommen. Noch nie bekommen. Wirklich. Aber das ist ein gutes Teil. Bekomme ich das? Nee, bekomme ich nicht. Also ich habe jetzt schon so viele Kisten aufgemacht. Und man braucht ja mehrere Teile davon. Also, das ist auch wieder. Das ist doch auch wieder. Nee, nee. Also. Von mir aus könnte es öfter vorkommen und dann halt 100 Teile. Wäre mir egal. Aber dann hätte man immer wieder mal so eine kleine Erfolgschance. Aber so. Gott. Und dann braucht man sechs Teile. Nie im Leben kriege ich mal das zusammen. Also. Das ist auch wieder. Die übertreiben so sehr mit der Wahrscheinlichkeit. Da finde ich es besser. Lieber 100 Teile. Aber dafür dann wirklich öfter mal. Und nicht. Also. Ja. Ich halte das ja schon eher für ein Mythos. Könnt ihr ja mal schreiben. Wenn ihr schon mal so ein Teil bekommen habt. Gerne mit Screenshot irgendwo mal posten. Ich würde es gerne mal sehen. Also. So ist es irgendwie bisher nur ein Gerücht. Habe ich das Gefühl. So. Wir gucken mal. Hier rein jetzt. Wo bin ich denn? Wo stehe ich denn? Ach. Auf fünf. Ja. Kann man doch sehen lassen. Bin ich ja gar nicht so schlecht. Ist ja okay. Ist ja okay. Ähm. Hier. Sind wir auf Platz zwei. Hundefreunde aus Berlin. Diese Hundefreunde aus Berlin. Die sind richtig krank. Also die sind. Ich sehe die oft. Die sehe ich wirklich oft. Auch Deutsche. Ganz offensichtlich. Ähm. Ja. Ich finde es ein bisschen schade. Man müsste sich abmelden können. Und müsste dann gegen andere Gemeinschaften spielen können. Die auch. Ähm. Quasi. Wo sich ein, zwei Leute abgemeldet haben. Und so. Oder dass immer nur so viele Leute gegeneinander spielen. Wie auch in einer anderen Gemeinschaft. Wisst ihr wie ich meine? Aber. Ich glaube. Dass bei Zoo 2 einfach zu wenig Spieler weltweit sind. Also weltweit gesehen sind einfach zu wenig Spieler da. Ähm. 6, 9, 4, 4, 5. 6, 9, 4, 4, 5. So. Spenden. So. Ja. Ja. Es sind einfach wahrscheinlich viel zu wenige Spiele. Die das Spiel hat. Jetzt gehen wir nochmal rüber. Ähm. Ja. Hier. Maus. Immer. Kohle abholen. Ist einfach wirklich nur zum Geld scheffeln. Dieser Zoo. Äh. Schreibt gerne mal. Also jetzt ist das Update ja schon was länger draußen. Schreibt gerne mal, wer den Zoo richtig nutzt. Hier den. Das Traurige ist. Ich werde mir die ja niemals angucken können von euch, diese Zoos. Ja, weil ich, man kann euch ja da nicht besuchen. Auch ein bisschen schade, ne? Auch ein bisschen schade, dass ihr nie euren Freunden, es sei denn, die sitzen neben euch, diesen Zoo hier zeigen könnt. Ja. Das ist wirklich ein bisschen sehr blöd. Ähm. Schreibt gerne mal in die Kommentare, wer diesen Zoo hier richtig nutzt. Oder wer einfach nur Kohle abholt. Oder wer ihn gar nicht nutzt. Ähm. Den Zoo nutze ich ja teilweise mittlerweile wirklich schon. Den fand ich ja anfangs auch richtig doof. Mittlerweile nutze ich den halt wirklich nur, ja, als Zuchtstation, ne? Für meine 20er Tiere. Also ich habe hier ein paar 20er Tiere drin, die ich dann halt züchte. Ja. Also diese vier Zuchtplätze, die ich hier habe, die nutze ich damit. Aber ansonsten halt auch nicht. Ja, das, ja. Besser als nix. Ey, nein, da wollte ich gar nicht hin. Da wollte ich nicht hin. So. Wieder zurück. Nein. Hahaha. Ey. So, jetzt aber langsam. So. Jetzt wieder zurück. Und. Ja. Das war es dann auch erstmal für heute. Ähm. Nächstes Mal mache ich nochmal mit helfen. Und gucke mir nochmal die anderen Zoos an. Und. Ey, zweiter Platz. Wir müssen diesen Masterplan, ne? Wir müssen wirklich mal. Ah, ich bin am überlegen. Ich will einfach mal Weltrangliste 1 sein. Ne? Das wäre echt mal cool. Und den Schweine Masterplan damals, der war schon krass. Eigentlich müssten wir nochmal Schweine züchten. Eigentlich müssten wir nochmal Schweine züchten. So ganz extrem. Weil Schweine kann man schnell züchten. Und. Ja. Könnte man eigentlich mal machen. Naja. Gucken wir immer. Ich bin erstmal raus. Wir sehen uns demnächst. Ich habe noch zwei Let's Plays hochgeladen. Einmal Township. Einmal Heyday. Äh. Sehr gut bei Heyday. Also Heyday war heute richtig gut. Richtig gutes Let's Play geworden. Richtig gute Laune. Richtig viel Glück gehabt. Ähm. Kann ich nur empfehlen. Guckt gerne bei dem Heyday Kanal vorbei. Wir sehen uns dann demnächst wieder. Bis bald meine lieben Enten. Tschüss. Tschüss.